So. Ja, und damit herzlich willkommen zu Crush Online Wanderers of Time. Ich weiß noch überhaupt nicht so richtig über dieses Spiel. Es scheint, wie ich schon eben an den Chat erwähnt habe, ein MOBA-Spiel zu sein. Es ist recht neu, es ist vor gar nicht so langer Zeit erst rausgekommen. Letztes Update war wohl am Freitag, wie ich es eben auf Steam gesehen habe. Aber es ist kostenlos spielbar, wahrscheinlich mit Online-Shop. Weiß ich noch nicht genau, ich hab da irgendwas von Diamanten gelesen. Ist wahrscheinlich in Richtung League of Legends Shop ausgerichtet. Ist halt ein MOBA, alles geht an League of Legends ran, leider. Aber mal gucken. Betreten. Ist alles auf Medium-Auslastung, dafür dass es neu ist. Scheinbar nicht übermäßig durchgebrochen erstmal das Spiel. Aber gut, der Markt ist auch momentan, glaube ich, leicht überschwemmt. Äh, Verbindung zum Locken wird hergestellt. Charakterstellen. Okay, also es gibt drei Fraktionen in diesem Spiel und man darf sich erstmal eine Fraktion aussuchen. Außerdem, äh, erstmal herzlich willkommen überhaupt an alle, die schon im Chat waren. Und herzlich willkommen an Shanti94 und Yanara und TLC-Flocki-Auch und wer nicht alles sonst. Und Mark und Kevin sind auch da. Also, was haben wir denn? Auslan versucht schon seit Jahrhunderten, die E-Kontrolle über Gaia zu übernehmen. Eryon, Eryon war einst eine der führenden Nationen auf Gaia, nun versucht sie dem Erbe ihrer Vorfahren gerecht zu werden. Und Amir, Amir war schon immer eine der dominantesten Nationen auf Gaia und sie wollen, dass die auch so bleibt. Also, die waren alle irgendwie cool oder sind irgendwie cool und das ist ihr gesamter Background. Woo! Ähm, ja. Gut. Ich kann eine Familie ausladen. Äh, nehmen wir lieber was anderes. Äh, wobei die sind so schön orange. Ich glaube, wir nehmen Eryon. Ja. Ja, wir nehmen Eryon. Nation auswählen. Ah. Oh, scheint's mehr so Richtung Anime-Charakter-Style zu gehen. Interessant. Kann ich hier jetzt... Ne, das ist meine Klasse, das ist nicht meine Rasse. Ich dachte, damit wechsle ich jetzt wieder auf die andere Rasse zurück. Was ist das denn? Saint-Punisher-Guardian. Ähm, der Typ sieht lächerlich aus. Äh, äh. Äh, 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 äh. Also, der Guardian bevorzugt Hämmer und Kanonen. Er kämpft an vorderster Front. Er ist der erste. D Punkt, er das Schlachtfeld betritt. Und normalerweise D Punkt, er letzte, der es verlässt. Was? Achso, betritt und verlässt. Der Punisher bevorzugt Dolch und Bögen. Dann ist er in der Lage, den Ausgang einer Schlacht aus der Ferne mit tödlichen Pfeil hageln oder durch das Ausschalten wichtiger Ziele mit Attacke N aus dem Hinterhalt zu beeinflussen. Oder der Saint bewaffnet sich bevorzugt mit Zauberstäben, Schwertern und Doppelpistolen. Seine Stärken liegen daran, Verbündete zu unterstützen und mächtige Magie gegen seine Feinde einzusetzen. Mit einem sinnlosen Leerzeichen. Ich bin der Elfer Magier. Nehmen wir die... Gibt's die nur in weiblich? Scheinbar, gibt's die nur in weiblich. Na gut. Ich schätze, da spielen wir die wohl. Scheint generell keine großartige Auswahl an Charakteren bis jetzt zu... ...geben. Ja. Ja. Moment. Ja. Perfekt. Nein, äh, ich hätte gerne Magier. Das wird merkwürdig auf dem Schlachtfeld, wenn es so eine geringe Auswahl an Charakteren gibt und die alle quasi gleich aussehen. Old Blade of Westerly. Aha. Magische Schwerter, Westerlys Flügel, Blink-Like-Wind, Westerlys Rache, was auch immer das alles bedeutet. Äh, ich glaube, damit werde ich mich wohl später mal beschäftigen müssen. Kostüm, Kostüm, Dragonslayer-Sets, Twisted Wind-Sets, Athletic-Sets, Wut! Ah, okay. Ist das ein japanisches Spiel oder wo bin ich hier gelandet? Ich habe dieses Spiel übrigens zufällig ausgewählt. Mehr oder weniger zufällig. Es war einfach eins der neuen Spiele auf Steam und mehr oder weniger neuen Spiele. Äh, ja. Ne? Das verändert gar nichts, das Standardkostüm hier rechts zu verändern. Oder liegt das daran, dass ich hier links ein Set ausgewählt habe? Nö, es verändert einfach nur gar nichts. Bis jetzt macht das einen ganz dollen Eindruck. Ja, finde ich auch, Kevin. Das hat was davon, irgendwelche schlechten Animes zu gucken. Ja, also... Wenn wir schon einen lächerlichen Charakter erstellen, dann richtig. Äh... Was haben wir denn für Augen? Das sieht merkwürdig aus. Wieso verändert es denn jetzt schon wieder nichts mehr, wenn ich die Haare verändere? Irgendwie bin ich generell verwirrt mit diesen Menüs. Manchmal scheinen die auch nicht zu reagieren, wenn ich auf die Pfeile drücke. Äh... Ja, warum nicht? Haare kann ich nicht mehr ändern, die wollen nicht mehr. Nachdem ich die Haarfarbe angeklickt habe, wie es aussieht. Ähm... Kann ich... Ah! Ja. Ich kann die Waffe zumindest ändern. Also, ich kann fliegende Schwerter, die Doppelpistone oder den Zauberstab nehmen. Wir nehmen auf jeden Fall einen Zauberstab. Zudem ist meine Haarfarbe wieder zurückgesprungen. Äh... Was nehmen wir denn? Wir können grüne Haare nehmen. Äh... Äh... Ja... 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 Was... Was ist... Teilsera... Ach! Ja... Schön! Wir können die Farbe unserer... Klamotten verändern. Vielleicht sind die Haare gerade fix, weil du die Schleife da drin hast. Das kann natürlich sein. Oder so. Whatever. Äh... Vote für Haarfarbe. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich finde grüne Haare witzig. Aber irgendwie auch... Irgendwie sieht es dämlich aus. Äh... Ich glaube, ich bleibe lieber irgendwie hier über Rot oder so. Oh, guck mal hier in die Richtung. Ich kann den Charakter nicht drehen. Du guckst in die falsche Richtung. Ich kann deine Augen nicht sehen. Ja. Lassen wir so. Rot. Okay. Mark hat entschieden, dass es rot ist. Äh... Dann nehmen wir dann entsprechend rote Sets. Ja. Dankeschön. Das machen wir dann. Gottverdammte, auf dich wegzudrehen. Ich kann dich nicht editieren, wenn du nicht in meine Richtung guckst. Gandalf-Style. Pissgelb. Äh... Müsste dann wohl auch irgendwie ein Rot oder so Ton sein? Boah. Hilfe. Welche Farbe soll dieser Strich haben? Sieht alles dämlich aus. Nee, das gefällt mir überhaupt nicht. Hilfe. Ich brauche einen Mode-Experten. Welche Farbe soll der Strich haben? Äh, ja. Muss ich die Farbe von der Hose da aber wieder ändern? Ist ja grauenhaft. Das geht ja mal gar nicht. So. Whatever. Äh... Gib deinen Namen ein. Wir brauchen einen Namen. Namen jetzt. Hallo Delta-Sexor. Wir brauchen einen Namen für... ...diesen wunderschönen Charakter. Und Servus zu Meister Voodoo. Schaden wenig. Fähigkeitsstärke hoch. Magieresistenz hoch. Bewegungsgeschwindigkeit. Mittel. Angriffsgeschwindigkeit. Mittel. Rüstung niedrig. Ja. Ja. Alex. Ja. Danke. Gandalf. Peter, der Vertreter. Ähm. Äh... Charakter erstellen? Ah, dann haben wir das Charakter. Das ist zu lange. Das... Das wundert mich jetzt ungemein. Dieser Charakter-Name wird bereits genutzt. Na sowas. Ich hab mich schon gewundert, dass mein Kontoname nicht vergeben war. Kein Wunder. Die Namen sind wahrscheinlich nicht an die Konten, sondern an die Charaktere gebunden. Ignaz. Äh... Nimm Ignaz. Dino ist garantiert vergeben, der eben gefragt war. Heißer Fäger, weil Besen. Wenn der Name so lange ist, warum kann man den Namen dann eingeben? Ja, Kevin, eine Frage, die niemals irgendwer beantworten werden kann. Ähm. Charakter erstellen? Oh, der Name des Charakters ist zu lang. Nein. Nimm Drusilla. Oh ja. Uschi. War nicht vergeben. Nein. Oh nein. Ich kann nicht glauben, dass er nicht vergeben war. Wieso hab ich denn jetzt diese hässlichen Pistolen in der Hand? Ich wollte doch noch einen Zauberstab. Äh. Äh. Charakter löschen? Kann ich... Aber... Aber ich will keine doppelten Pistolen haben. Na gut, weit betreten. Äh. Ah. Oh je, ich bin schon wieder zu spät dran. Ich kann... Shaya schon schimpfen hören. Aha. Wie mache ich irgendwas? Nächster. Ich sollte mich besser beeilen und ihr meine Verspätung erklären. Vielleicht bin ich schon schnell unterwegs hier. Äh. Das geht ja gut los. Drück die rechte Maustaste, um mit Shaya zu sprechen. Ach da. Das leuchtende Ding da. Das leuchtende Ding da sieht nicht ganz so aus wie auf dem Bild, aber okay. Warum kommst du eigentlich immer zu spät? Ich bin gerade erst eingeloggt. Außerdem hat die Charaktererstellung ein bisschen gedauert, um auf Uschi zu kommen. Dankeschön. Sammle ein paar Brockenzehr Schleim für mich. Du bekommst ihn von den Schleimmonstern in der Umgebung und beeil dich etwas, du bist spät dran. Warum sollte der beste Kämpfer der Welt Schleim sammeln? Der beste Kämpfer der Welt... Das hätte man noch freundlicher ausdrücken können, aber mach dir keine Sorgen, Shaya. Ich kümmere mich um Floyds Schleimbedarf. Ha. Kann ich das hier wegmachen? Drücke die rechte Maustaste, um anzugreifen. Was ist denn dieser Kram hier unten? Ist das Itemshop-Zeugs? Tägliche Belohnung. Machen wir mal weg. Slime. Boom. Mission complete. Grundlagen des Kampfes. Lektion 2. Quer. Benutze deine Schnelltasten, um Fähigkeiten auszulösen. Oh, da unten sind meine Fähigkeiten. Boom. Ich habe W gedrückt. Schnelles Durchladen. Aktiv. Erhöht Angst- und Bewegungsgeschwindigkeit. Eure Angriffe verursachen 10 plus 21 Schaden für 4 Sekunden. Wah. Wann bin ich gut? Benutze eine Health-Portion. Benutze eine Mana-Portion. Äh, okay. Wo haben meine anderen Fähigkeiten so? Helming Enkel. Fäuert beide Pistolen gleichzeitig ab. Fäuert 65 plus 5 Schaden. Der Treffer verlangsamt das getroffene Ziel. Eingefangener Schuss verursacht 70 plus 5 Schaden. Go. Boom. Und macht den Gälder für 2 Sekunden lang bewegungsunfähig. Wow, ich bin so gut. Und jetzt bin ich OOM. Cool. Habe ich Mana-Regen oder muss ich dafür Tränke schlucken? Ich habe Mana-Regen. Aber geringfügig, wie es aussieht. Kiten! Kiten! Schleime Kiten. Aua. Ich wurde angegriffen. Okay. Schluck eine Mana-Portion. Boah, hat mir das 4 Mana gegeben. Ist das jetzt... Erhöhung eine Mana-Regen. Okay. Außerdem benutze eine Health-Portion, um ein Quest zu schaffen. Mission complete. Nützliche Tränke. Gib diese Floyd. Uuuh. Yay. Boom. Äh, okay. Also... Gehen wir wohl mal zu Floyd? Wo ist Floyd? Da vorne sind Fragezeichen auf der Karte. Gehen wir da mal hin. Ich sehe gerade, dass ich da unten rechts eine Mini-Karte habe. Und mein Mikrofon steht da so ein bisschen vor. Hallo Floyd. Biologist. Okay. Da bist du ja endlich. Ich wollte schon einen Suchtrupp ausschicken. Aber ich bin froh, dass du mir hier bis zu mir genügend Slime-Mucus bringst. Du mich auch. Woher kommt eigentlich der Kanalname Face9-Let's-Play? Äh... Der ist eine merkwürdige Konstruktion geworden, da ich normalerweise den Nick-Face1-Scaved benutze. Was aus den .hack-Spielen genommen ist. Und nach der achten Phase geht es in den Spielen nicht weiter. Also habe ich mich Phase 9 nennen wollen. Aber das war natürlich auch vergeben. Also habe ich Let's Play drangehangen. Und irgendwie ist so dieser übermäßig lange Kanalname entstanden. Quest abschließen. Da bist du eigentlich heute schon blablabla. Okay. Bitte wähle eine Belohnung aus. 5000 Gold und 1200 kriegen wir sowieso. Außerdem... Trainees Bracelets. 4 Schaden, 100 Leben. Oder Fähigkeitsstufe... Plus 2 und 100 Leben. Äh... Gib mir erstmal Damage. Fähigkeiten kommen wir später. Besser benutzen, schätze ich, als ganz am Anfang. Außerdem... Äh... Questbelohnung. Stein der Fertigkeit. Du kannst die Stufe dann ausgerissen und Waffen erhöhen, indem du den Spellstone verwendest. Helmet of Honor. Plus 5 Schaden. Plus 5 Fertigkeitsstufe. Okay. Brauche noch ein paar Dinge für meine Forschung. Kannst du mir helfen? Jage irgendwas. Äh... Beasting. Snagleather. Gib diese Floyd. Okay. Was sind SP? Aktiviere deine Artefakte mit Seelenpunkten. Okay. Ich schätze, das sind die Dinger hier. Uch. Biene. Ah. Stirb. Ha. Achievement. Monsterjäger. Ah. Kitein. Geh weg. Äh... Bitte. Was machst du denn? Bewegungsgeschwindigkeit plus 75 kostet mich 60 Seelenpunkte. Wo stehen meine Seelenpunkte? Sieht jemand, wo meine Seelenpunkte sind? Alex, spielst du eigentlich Overwatch? Nee, spiel ich nicht. Hallo, Cobra. Bumm. Da hältst du Snakelover. Außerdem hältst du eine respawnde Biene. Kitein! Das Spiel wird übrigens später wohl nur noch zu PvP, soweit ich das verstanden habe. Also, MOBA-Style jetzt ganz am Anfang haben wir nun, äh, vermute ich als Tutorial PvE-Combat. Vermute ich. Wenn ich das, was ich den Beschreibungen am Anfang entnommen habe. Als Snakelover. Ja. Ja, das scheint eine generelle Thematik in diesem Spiel zu sein, Genaicin. Äh, ja, ich bin schon wieder OOM, aber ich habe keinen Lust, meine Potions zuschlucken für diese Idioten-Monster hier. Ich vermute mal, dass ich diese Potions permanent behalten werde, auch nach dem Tutorial. Genaic Biest-Dingers. Auch keine mehr. Stirb! Du hältst Fragment of Spellstone. Okay, fertig. Jetzt können wir den ganzen Mist an Floyd abgeben. Danke dir, endlich kann ich meine Forschung fortsetzen. Yay! Es fehlt nicht mehr viel, um meine Forschung zu beenden. Es war mir eine Freude, dir helfen zu können. Ich melde mich besser wieder bei Shaya. Bei Lexis? Ja, das solltest du. Ich habe das Gefühl, wir werden uns bald wiedersehen. Dan-dan-dan-dan! Mission complete! Trifft dich mit Shaya. Jo, gehen wir mal wieder zurück. Bis später, Delta. Hallo, Shaya. Shaya, warum muss ich immer... Warum muss ich mich immer um diese Sammelquests kümmern? Warum redet eigentlich mein Charakter für mich? Warum sind wir nicht Link? Was? Ist das... Ich vermute, das ist Chat. Mir kommt es so vor, als würde ich nur die Aufgaben bekommen, die sonst keiner erledigen will. Könntest du mir zur Abwechslung mal eine richtige Mission hier geben? Ja, das... Das wäre toll. Da bin ich wieder erst noch auf weitere Aufgaben für einen Kämpfer meines Kalibers. Zu mir daran ändern, wie ich neun Jahre alt war und du mir erzählt hast, es wäre mein Skisaal, die Welt zu verändern. Ja, ich habe schon früher dein Potenzial erkannt. Bla, 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 Welt verändern. Bla, 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 an den Fähigkeiten nahe bleiben. Bla, bla, bla. Bring diesen Brief weg. Yeah! Ich habe vorhin aus Versehen das Postbotenkostüm ausgewählt. Badumts! Was soll's, gib mir den Brief und ich kümmere mich darum. Hey, Kevin. Postbotenkostüm. Wink, wink. Äh, ja. Dann... Gehen wir damit mal los. Wo muss ich denn überhaupt hin? Keine Ahnung, wo ich hin muss. Sprich mit Frey, du kannst sie im Trainings El Aga finden. Öffne ein Inventar und lege Artefakt an. Achso, ich sollte nur ein Inventar öffnen. Ich habe jetzt einfach mal Instinktiv I gedrückt, das hat funktioniert. Ist sicher, das Artefakt ersetzen zu wollen. Wenn du den Gegenstand auslustest, wird er nicht gebunden sein. Ja. Ja. Mission complete. Leben plus 100. Standardfähigkeit. Aktiviere Fähigkeiten. Ein Schritt Schaden plus 5, zwei Schritte Fertigkeitsstube plus 5 und so weiter. Ja, gib mal den Ring. Den Kram hier kann man, glaube ich, nicht anlegen. Das sind Verkaufsgegenstands. Habe ich eigentlich Half-Raggen? Äh, der da vorne hat einen Bogen, das mag ich nicht. Ja, ich habe Half-Raggen, aber relativ gering viel scheinbar. Du gehst jetzt erstmal da vorne irgendwo. Du wirst jetzt erstmal gekitert. Der hältst Fragment of Spellstone. Juhu. Welche LPs kommen eigentlich in nächster Zeit? Äh, Yu-Gi-Oh läuft noch eine ganze Weile. Und dann haben wir immer noch, äh, den Rest von Kingdom Hearts 2.5 zu spielen. Stirb- Cheaper. So, ist hier jetzt irgendwas? Oder laufe ich einfach nur spaßenshalber lang? Müsste ich eigentlich zu diesem komischen... Dingenskummens da unten rechts auf der Karte. Du gehst jetzt erstmal sterben. Hm, okay. Ich hätte vielleicht WhatsApp ausstellen sollen, bevor ich angefangen habe zu streamen. Wäre noch eine Idee gewesen. Hi! Hi Team! Was ist eigentlich R? Kugelhage. Vorsicht Unsinn. Cheap. Ah, hier ist ein Boss. Boss-Mob! Der bückte den Boss an gerade nicht. Ich geh mal den Boss mitkillen. Ey! Boss gekillt! Wir sind so gut. Ähm, okay. Kann ich... Kamera, kannst du dich bitte aufhören, auf meinen Charakter zu locken? Und einfach mal einen Rechtsklick darunter machen? Ne, geh noch weiter, geh noch weiter, geh noch weiter. Ich finde schön, wie sich mein Pfad nur so und so weit vorausplanen lässt. Wo wir gerade von reden, heute kam keine Yu-Gi-Oh!-Folge. Echt nicht? Sollte eigentlich. Ich weiß nicht, ich habe es einfach nur vorausgeplant. Und ich hoffe, dass YouTube automatisch die Zeitumstellung mit einplant. Äh, ja, ich mache WhatsApp gleich aus. Sorry. Ich laufe nochmal eben irgendwo hin, wo nix ist. Hier sieht gut aus. Okay, wir bleiben mal ganz kurz hier stehen. Das Erste, was ich mache, ist mal ganz kurz... ...einen weiteren Tab zu öffnen, um mal kurz zu gucken, was mit der Yu-Gi-Oh!-Folge von heute ist. Und dann schalten wir hier mal kurz den Ton ab. Äh, Yu-Gi-Oh!-Folge von heute. Mal sehen, mal sehen. Wo ist er denn? Ich habe inzwischen so viel Kram hier hochgeladen. Da sind so viele Grandia-Folgen. Dass es schon schwierig ist, zu den Yu-Gi-Oh!-Folgen zurückzukommen, die ich vor Grandia hochgeladen habe. Äh, da! Ne, halt, da sind noch nicht die aktuellen Yu-Gi-Oh!-Folgen. Da, Ich-Hasso-Monarchen-Decks war die Letzte und die Nächste wird freigeschaltet... ...heute um 14 Uhr. Jetzt gerade! War einfach nur ein Fehler von meiner Seite. So. Dann können wir jetzt hoffentlich weitermachen. Training Camp! Ja, da sollten wir hingehen. Benutze SP, um einzelne Artefakte weiter aufzuwerten. Sprich mit Frey. Du kannst sie im Trainings-L-Ager finden. Ja, da ist Frey. Können wir mal kurz ein Artefakt aufwerten, bevor ich irgendwas tue? Bist du sicher, dass du... Auszieh... Nein, ich will es nicht ausziehen, ich will es aufwerten. Kann ich dir denn aufwerten? Verstärken. Sortieren. Wie geht das denn? Quest-Info. Aktiviere deine Artefakte mit Seelenpunkten. Aha. Ah. Nein. Ah. Äh. Sortieren. Verstärken. Mal Quests in der Ernährung verfügbar. Erfolg. Meisterschaft. Aha. Oh, ich kann... Ich hab ein Skilltree. Yeah! Schöner Leuchten-Skill. Äh... Insights. Mana plus. Archmage. Fähigkeitsschaden plus. Wizardry. Fähigkeitsstärke plus. Äh. Ja, machen wir erstmal Inside. Ich hab immer Mana-Probleme. Mal ein bisschen mehr Mana. Mehr Max-Mana. Jupp. Und dann hätte ich gerne Great Potential. Mehr Mana-Recken. Perfekt. So. Erstmal ein bisschen was gegen meine Mana-Probleme tun. Ähm... Jetzt weiß ich immer noch nicht, wie in aller Welt und wo und warum. Ziehen wir da den Helm wieder aus? Ja. So, kann ich den jetzt... Nein. Kann ich den jetzt hier irgendwie verbessern oder so? Haltbarkeit ist zu niedrig. Die Haltbarkeit ist zu niedrig. Haltbarkeit 0. Haltbarkeit 0. Haltbarkeit 0. Stein der Verstärkung. Unterkategorie. Ich hab keine Ahnung, was ich tun soll. Wie verstärke ich denn meine... Oder wie aktiviere ich meine Artefakte mit Seelenpunkten? Jesus. Keine Ahnung. Hallo. Bist du Frey? Shaya schickt mich mit diesem Brief für dich. Okay. Cool. Wenn Shaya persönlich dich schickt, muss es etwas Wichtiges geben. Gib mir den Brief. Oh, ein potenziell nicht weiblicher Charakter. So was gibt's in diesem Spiel scheinbar. Oh, etwas Wichtiges? Hm. Das klingt ja fast so, als ob Shaya mich endlich etwas Sinnvolles erledigen lässt. Meiner Meinung nach ist das auch schon seit längerem überfällig. Ja, ich spiel auch schon seit... Wenn ich nicht so lange gebraucht hätte für alles. Zehn Minuten oder so. Töte Bienen, töte Schlangen, sammle Schleim, aufzuplappern. Ich versuche gerade den Brief zu lesen. Bin sicher, ob du in der Lage bist, diese hochbrisante Aufgabe zu unserer Zufriedenheit zu erledigen. Ich werde dich erst einmal testen müssen, natürlich. Bitte wähle eine der Belohnung aus. Äh, Schaden plus 8 oder Fähigkeitsstärke plus 5? Guck mal, Fähigkeitsstärke plus 5. Das würde ja prinzipiell schon mal ganz gut klingen, aber was meinst du mit Tests? Deine erste Herausforderung wird es sein, Handführer der Cheapers zur Strecke zu bringen. Habe ich doch gerade eben schon. So gut wie erledigt, Frey. Jesus. Äh, da vorne sind noch mehr Quests. Glaube ich. Gehen wir mal kurz hin. Mal gucken mal eben. Hi. Ich bin ein Hindler. Ich verkauf allerlei nützliches. Was hast du denn im Shop? Scroll Return. Gehre zur nächsten Burg oder Stadt zurück. Äh, verwandel dich in einen Steingolern. Ich für Gold habe mich über 5.000. Verwandle dich in einen bösartigen Dämon. Außerdem Health Potions. Außerdem Mana Potions. Kostet nicht so viel. Reinforcements don't cost me 50.000. Äh, gibt mir mal TP Scrolls. Klingt nützlich, welche zu haben. Aha. Jetzt sind wir wieder bei den üblichen Charakteren zurück. Ich habe schon von dir gehört. Floyd meinte, dass man sich auf dich verlassen kann. Ich würde dich gerne... Nee, um einen Gefallen bitten. Ja. Bla, bla. So ein paar Cheepa-Fälle besorgen. Jaja. Wenn wir sowieso da sind, ne? Warum nicht? Also wieder zurück. Vielleicht finde ich auch noch irgendeine manuelle Artefaktaktaktivierung. Automatische Artefaktaktaktivierung. Aha. Kann ich an und ausstellen. Vielleicht finde ich auch noch irgendwann zufällig heraus, wenn man Artefakte upgradet. Tja, noch ein paar Knöpfe drücken. Ja, will ich. Bäh. Auch der Ladebildschirm ist thematisch korrekt. Also H ist der Hold-Button. Jetzt habe ich auch so seine Potion geschluckt, weil ich Knöpfe rumprobiere. Was ist das? Mein Charaktermenü. Meisterschaft, Quests, Legion, Ranking. Kann ich noch nicht so viel mit anfangen momentan. Strategische Fertigkeiten. Aktiv. Ein Signal für eure Verbündeten. Deckt einen Zielbereich kurzzeitig auf. Verbraucht 100 TP. Platziert eine Falle, die bei Auslösung 200 Schaden verursacht. So was kann ich. Beschwört einen Belagerungs-Vasallen, der euch im Kampf beisteht. Kostet 500 TP. Aha. Okay. Was? Basis. Pyrotechn, ja, das ist, was ich schon habe. Corporal, Offizier, General. Da kommen noch mehr Fertigkeiten später dazu, wie es aussieht. Main Mastery, Submastery. Ich habe noch einen generellen Punkt, den ich jetzt verteilen kann. Mana plus 1%, Mana plus 2%, Mana plus 3%. Meist mal meinen Mana-Raggen auf plus 3 hoch. Mehr Mana. Aha. Shoot it. Na, so übertreiben muss man ja dann auch wieder nicht. Boom. Crush hat den Kern für Prime aktiviert. Was? Achso. Okay. Jetzt habe ich wieder aus Versehen. Trank geschluckt, weil ich wieder Knöpfe drücke, wie wild. Warum passiert denn nichts, wenn ich 1 drücke oder so? Ist ja alles doof. Okay, dann machen wir erst mal ein paar Cheapers und dann sind wir alle glücklich. White Cheaper Fur, Black Cheaper Fur. Können wir jetzt mal hier irgendwie AE machen oder so? Boom. Shackling Shots oder so weiter in der Richtung. Irgendwas hiervon war doch glaube ich ein AE. Bewegungsgeschwindigkeit. Die Anzuwisieren ist ein bisschen schwierig. Ob es nicht irgendwie automatisch auf jemanden schießen? Scheinbar nicht. Wäre aber gut. Boom. Ich finde schön, dass mein Mana mindestens halbwegs regeneriert jetzt. Das ist viel wert. Meiner Meinung nach. Das ist ein White Cheaper Archer. Boom. Habe ich schon genug? Nee, ich brauche immer noch einen White Cheaper Fur. Vermutlich von Cheaper Warren. Die sehen sehr weiß aus. Ah. Ich habe das Gefühl, das Missklicken wird mir hier noch häufiger passieren. So. Jetzt müssen wir nur noch den großen bösen Boss töten und dann bin ich glücklich. Leider ist gerade niemand beim großen bösen Boss, oder? Ist ja gerade jemand, der hier kämpft. Doch, da steht jemand. Und wartet auf Respawn oder so. Super Archer Officer. Der Held Spellstone. Das ist eine mit fliegenden Schwertern, die wir eigentlich auch haben können und sollten, wenn ich das richtig verstehe. Ist hier auf Auto AFK alles killen? Oder was macht ihr hier? Ist auf jeden Fall gerade weggelaufen. Also ich vermute mal es nicht auf Auto AFK alles killen. Koffe an Splitter. Wo ist denn mein Quest mit dem, äh, killen? Hatte ich nicht ein Quest, irgendwie den Oberboss hier zu killen? Erste Herausforderung. Sprich mit, sprich mit China. Oh, scheinbar musste ich erst mit ihr reden, damit ich das überhaupt machen kann. Ups. Äh, hallo dann Discord. Herzlich willkommen im Chat. Naja, immerhin habe ich schon mal White und Black Cheaper Vergesammelt. Immerhin etwas. Geht das ein bisschen schneller? Weh! Na, wir sind so schön schnell. Naja. Könnte schlimmer sein. Nein, könntest du bitte. Folgst du eigentlich meinem... Ah, du folgst meinem Mauszeiger, wenn ich gedrückt lasse. Das ist schon mal viel wert. Hallo. Ja, ja. Noch nicht, aber das holt den... Die Anführer der Cheaper ausfindig zu machen. Nicht so wirklich, ich war schon da. Tötet Cheaper Warrior. Tötet Cheaper Archan. Das ist jetzt unnötig gewesen. Nachdem wir den Quest eigentlich eben schon gekriegt haben, die zu killen. Fump. Fump. Tot. Du bleibst hier, du. Du, dich will ich umbringen. Fump. Äh. Hä? War das nicht Cheaper Warrior und Cheaper Archer? Fump. Tötet Cheaper Warrior. Tötet Cheaper Archan. Er wird verpasst. Die werden hier nicht getickt. Oder sind es nur die Großen, die hier drüben stehen. Cheaper Warrior. Cheaper Archer Officer. Da steht nichts von Officer in dem Quest. Aber wir schauen mal. Meine Fresse kann derweil schießen. Komm mal hier rüber. Boom. Ich drück mal D und drück mal F. Noch ein bisschen Regen. Scheckel. Boom. Du musst die killen, die auf der Karte markiert sind, schätze ich. Das ist das große Fragezeichen hier. Also das, das wird dann wohl der Typ sein, weil hier, ne, doch, doch, weil da ist ein großes Fragezeichen dran. Ja gut, den können wir zum Tode kalten. Scheckel. Geh mir in Ruhe. Geh mir in Ruhe. Geh wieder da hin zurück, wo du eigentlich stehen sollst. Ach, schießen, Uschi. Bels, Bels down. Hat er jetzt irgendwas gemacht? Ich glaube nicht. Ich hab nicht so das Gefühl, dass er irgendwas getan hat, den zu killen. Auto-Move. Mach mal Auto-Move. Damit geht er zu dem Typen zurück, der mir den Quest gegeben hat. Moment, halt. Jetzt ist es plötzlich getickt. Beides. Schon mal der hat einfach nur den Questlog nicht aktualisiert. Äh, ja. So macht das Spaß. Ah. Da stirbt jemand. Wahrscheinlich gerade irgendwo in dem Dialog oder einfach nur AFK. Dann gehen wir halt einfach mal rüber zum Trainingscamp und gucken mal. Das wäre ja unsere beiden dollen Quests ab hier. Aber wo gehst du denn hin? Ich mach hier auf der Minikarte einen Rechtsklick da hin, wo ich hingehen will. Und die rennt hier irgendwo in die Büsche. Hi. Ich habe mich um die Anführer der Cheapers gekümmert. Ja, war komplizierter, als es hätte sein müssen. Ach, da kriege ich jetzt Old Blade of Westerly. Dann kann ich da mit Schwertern rumwerfen, wenn ich lustig bin. Und Spellstones. Bist du bereit? Mission complete. Eine neue Waffe. Du erhältst Spellstone mal 100. Wenn du dich in der Arena gut schlägst, erwarten dich Ruhm und Reichtümer. Juhu. Hallo, die Dame mit dem großen Ausschnitt. Danke dir. Deine Belohnung ist nicht nur meine Dankbarkeit. Bla, bla, bla. Schau dir mal diese Stiefel an, die ich extra für dich angefertigt habe. Diese drei Paare Stiefel. Welches soll dein Starterstiefelmon sein? Boots of Magic, Boots of Shoes of Guardians, Boots of Warriors. Boots of Magic wohl, ne? Ja. Jagd nach Pelzen! Kram ausrüsten. Ja, nochmal. Außerdem unsere neuen Waffen. Zwei Waffen-Set! Aha, kann ich jetzt das Waffen-Set ändern oder wie sieht das jetzt aus? Ich hatte Stufe 5 im Gegensatz zu Schaden 4. Was heißt denn überhaupt EP-Kosten? 500 und 250. Jetzt sind die Return-Scrolls, Battle-Arena-Scrolls, dritte Arena bei. Sollten wir, glaube ich. Der Krieg hat begonnen. Die werden sich jetzt wahrscheinlich ärgern, irgendeinen Idioten dabei zu haben. Hallo. Hallo, ich weiß nicht, was ich tue. Oh Gott, das sind menschliche Spieler, die ich jetzt ärgere. Attack-Tower. Strategische Fähigkeiten. Geht mal zur Seite, steht mir im Weg. Muss ich Last-Hitten oder so? Gibt es ja einen Prinzip von Last-Hitten? AI-Punisher. Okay, das scheint irgendwie nur eine Test-Arena oder sowas sowieso zu sein. Ah, ah, ah! Hilfe! Ich bin gesheckelt! Das ist Aua. Äh, D. Kann ich automatisch attacken, dass du einfach Dankeschön, dass du die nächsten Ziele angreifst? Das ist viel simpler. Hilfe! BANG! AI! Ach! Da war einer eh gezündet. Äh, ja. Ja. Äh, ich hab nochmal D. für mehr Ruhm und Reichtümer. Ich weiß übrigens nicht, wie ich auf meine anderen Waffen draufkomme. Also bleiben wir einfach bei den Kunden ganz jetzt. Da haben mein Gegner schon Kürm zerstört. Yay! Wir sind so gut. Ich führ nochmal den Punisher da vorne. Scheibenbar hat er einen Blink. Also ist viel Wert, würde ich mal behaupten. Es gibt, es gibt scheinbar auch wilde Mobs. Meine Maus hat gerade leichte Probleme. Ich habe gerade etwas Probleme, Sachen anzuklicken. Ich bin in Ruhe. Haha, er ist gestorben. Idiot. Uh, kill! Hab ich jetzt doch punkte für Last Hits? Hab ich jetzt noch nicht so hundertprozentig verstanden. Du gehst mal sterben. Shackle. Kill! Hau raus, wenn du Fragen hast. Bin der beste deutsche Crush Online Mod. Ah ja, okay. Ich habe tausende von Fragen, um genau zu sein. So wie, was zur Hölle? Ich verstehe zum Beispiel nicht, wie ich meine Artefakte upgraden kann. Der Quest sagt mir, einer meiner ersten Quests hat mir gesagt, ich soll das machen. Aber ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe einen Knopf dafür irgendwie nicht gefunden. Das weitere muss ich glaube ich gleich die Maus wechseln. Äh, hier nochmal irgendwie Pfeilhage da rein oder sowas. Du stirbst. Du wirst mal da stehen. Ich krieg drauf. Ja, das, was die Artefakte sind. Ah, jetzt punkte. Wahrscheinlich hatte ich nicht genügend Punkte oder so, als ich das das letzte Mal getan habe. Genau das gleiche hatte ich schon versucht. Das war meine erste Vermutung. Aber, das hat nicht funktioniert. Pump. Damit habe ich eine Mission abgeschlossen. Ich kaufe den Splitter eines Spellstones an Vran habe ich noch nicht gemacht. Direkt inzwischen den Waffen. Ja. Nexus. Ich vermute, das ist unser Ziel, wenn es schon Nexus heißt. Pump. Üp. Ei. Meine zweite Frage ist, wie komme ich auf meine andere Waffen? Ah. Ah. Ich habe diese komischen Schwerter eben gekriegt und ausgerüstet. Aber ich sehe noch nicht so ganz, wie ich an meine anderen Waffen drankomme. Ah, diese komischen fliegenden Schwerter. Aua. Nein. Aua. Und das will ich auch nicht. Oh, guck mal, wir haben einen dritten Spieler. Stimmt, die war irgendwann mal da. Ja. Oh, hier. Bang. Ae. Ja. Ich habe was. Ruhm und Ehre gegen AI-Idioten. Klasse. Doppel-S. Yay. Bin mir nicht sicher, ob es möglich ist, irgendwas schlechteres zu machen. Und die Dinger sind Artefakte, die Ausrüstungsgegenstände erobert deine Artefakte. Die SP sind deine gesamten Punkte, die du im Moment hast. Äh. 4.945 also. Okay. Öffne deine Meisterschaftskarte mit K. Ach ja. Ich kann wieder Punkte verteilen. Ich will immer noch mehr Mana-Regen haben. Zack, zack. Äh. 2 auf den Setz. Ach, Moment, da kommt die Erklärung. Drücke die Leertaste und zwischendurch... Ah. Schön. Bisschen spät, aber jetzt weiß ich's. Cool. Ähm. Massive Blows. Kritische Treffer. Magie-Durchdringung. Plus 2. Die Wauer. Zaubervampir. Oh, Zaubervampir klingt cool. Aber momentan hab ich meinen Schaden noch nicht irgendwie hochgemacht oder so. Von daher. Eh. Ach, kann ich die anderen Sachen jetzt nicht mehr auswählen, weil ich jetzt hier im nächsten Tier dafür bin. Submastery. Magierests. Rüstung. Fähigkeitsstärke plus. Mach ich das mal meine Fähigkeitsstärke jetzt hoch. Hey. Fähigkeit. Ja. Was? Welche Fähigkeit? Diese hier. Also es braucht die gleichen Punkte, meine Main und meine Submastery zu erhöhen. Ja. Ja. So weit, so gut. Ich will meine Knarren erstmal wieder haben, bis ich den Zauberstab irgendwann kriege. Äh. Werte eine deiner Waffen auf. Level deine Waffen mit Spellstones. Rechtsklicke darauf in deinem Inventar. Tropf. Was? Auf die Spellstones? Ach, ich muss auf die Spellstones rechtsklicken. Du kannst verschiedene Strategiefähigkeiten verwenden, indem du TP dafür ausgibst. TP stehen angeblich unter diesen Fähigkeiten. Was ist das? Ah, okay. Da ist auch ein anderes Skillset, wenn ich da drücke. Also das Handling des Spiels ist eher für Sustain gedacht und Healing raushauen und wenig Damage. Du könntest aber gerne auf Damage versuchen. Die meisten Tanks bauen auf Physical Death. Ja, das habe ich schon gesehen, dass er eigentlich ein Support-Kara sein soll. Aber ich vermute mal, dass ich später umscalen kann, oder nicht? Von daher jetzt am Anfang, wo ich hier alleine so rumlaufe, wollte ich lieber Mana haben. Äh, blablablabla, blablabla, blablabla. Jetzt habe ich nicht hundertprozentig verstanden, was ich gemacht habe, als ich das hier gedrückt habe. Du kannst die Stufe deiner ausgerüsteten Waffen erhöhen. Okay, also das kommt drauf an, was ich gerade drin habe. Was habe ich denn noch für einen Unsinn, den ich noch nicht gemacht habe? Level eine deiner Waffen auf Stufe 10 hoch. Naja, jetzt ist es Stufe 2 und... Ja, ja, ich warte mal auf den Zauberstab. Äh, strategischer Rat, rufe ein Belagerungsgolem herbei, der dich im Kampf unterstützt. Drücken ein, wir sehen welche Nationen... Äh... Ich bin dem blauen Ball getreten. Erion. Halt die Klappe da drüben! Äh, ja... Sieht so aus, als ob die Grünen etwas weiter hinten liegen würden. Wurde... 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 Wurde es in einen... ... in einen Dungeon eingeladen? Nein! Nein! Nein, Dinge passieren und ich will sie nicht. Member of Blue Union. Wenn du stärker werden willst, benötigst du bester Artefakte. Ich kann dir mit der Herstellung helfen. Okay, whatever. Verkaufst du oder stellst du her? Du stellst her. Für Kram. Hallo, brauchst du etwas, was jetzt weiß? Stellst du auch her? Ja, du stellst auch her. Für Kram, den ich erstmal irgendwo herkriege, von dem ich keine Ahnung habe, wo er herkommt. Okay. Ich schätze mal, ich kann Kram verkaufen. Kann ich an irgendwen verkaufen? Merchant. Ja. Nimm das hier mal. War das nicht auch einer meiner Quests? Braucht 5 Juwelen. Blablabla. Können bei der Herstellung von Gegenständen und im Aktionshaus direkt aufgebraucht werden. Okay. Ich vermute jetzt einfach mal, Juwelen sind eine Ingame-Währung. Weil es so neben dem Gold hier steht. Also, eine Echtgeld-Währung, um es genauer auszudrücken. Zweite Herausforderung, die Arena, melde dich bei Frey... Gehen wir erstmal zu Frey rüber. Hier steht ja nicht Frey und nicht Frey. Egal. Wahrscheinlich die Übersetzung. Willkommen zurück, ich hoffe, dein Kampf verlief zufriedenstellen. Nimm an weiteren Arena-Kämpfen teil, um besser zu werden. Gegen irgendwelche Idioten, die sich nicht wehren oder was? Ja. Äh. Oh. Ich drücke mal auf Quest statt. Nächste. Du hast dir mein Vertrauen verdient. Ich bin der festen Überzeugung, dass du der richtige Held für die folgenden Aufgaben bist. Ja, danke. Du erhältst's. Krempel. Jetzt krieg ich meine Return-Scrolls. So, jetzt hab ich schon welche gekauft. Steinapollon und 10.400 XP. Ich warte schon seit Lärem auf die Rückkehr unserer Kundschafter. Er hat ein wichtiges Dokument in seinem Besitz, das für den Vorbaufschutz in unserer Nation von höchster Wichtigkeit ist. Ja, ich bin mir sicher. Es gibt leider nur gerade niemanden, der sich sonst darum kümmern kann. Würdest du bitte in den Abyss gehen? Und nach dem Kundschafter suchen. Bla bla bla. Wache will dir sagen, wie du in den Abyss gelangst. Okay. Erstmal hat Odin eine Aufgabe für mich. Ist auf dem Weg in den Abyss. Brauchst du noch ein paar Skelettknochen? Könntest du mir da weiterhelfen? Ich wette, die gibt's nur im Abyss. Ja, ja. Nein! Wer sind diese Leute? Die mich immer in irgendwelche Dungeons einladen. Du bist also derjenige, den sie in den Abyss schicken. Der Abyss ist ein richtiges Labyrinth. Ich bin nur froh, dass sie mich nicht losschicken, um nach dem vermissten Kundschafter zu suchen. Ich lade dich aber mal in meine Legion an. Okay, dann kannst du die anderen Member fragen. Sind nur Deutsche? Sind das deine Einladung mit dem Dungeon einladen? Oder ist das irgendwer, der hier rum steht? Da steht immer nur was von Dungeon einladen. Ich hab keine Ahnung, was das bedeutet. Ich vermute, das ist eine Instanz oder so. Ist also derjenige, den sie in den Abyss schicken? Blablabla. Ja. Der Abyss verbindet ganz gar, ja. Ich kann dir helfen, in den Abyss zu gelangen. Benutze das Portal, um in den Abyss zu steigen. Boah. Dann krieg ich denn endlich meinen Zauberstab. Ich will meinen Zauberstab haben. Ne, das ist auch ein Talpo. Ist eigentlich Arena. Da, wo du eben warst. Ah, okay. Cops. Incineration? Okay. Erkundung des Abyss. Achievements complete. Wird direkt von einem Skeletten Warrior gerusht. Kiting. Vielleicht sollte ich meine Waffe doch spontan noch ein bisschen upgraden. Ich scheine noch ein bisschen damit rumlaufen zu müssen. 3. Oh. Da muss ich ja relativ viele Steine sogar reinstecken, wie ich gerade merke. Na gut. Steine rein, Steine rein. Dann gucken wir halt, dass wir unseren Stufe 10 Quest hier für die Knarren erstmal machen. Also irgendwann würde ich mal annehmen. Die maximale Anzahl an Spielern in diesem Krieg ist erreicht. Du kannst momentan nicht teilnehmen. Wenn du mir sagst, wo und was ich annehmen muss, denn ich sehe nichts, was ich annehmen könnte. So spontan. Vielleicht bin ich auch so ein bisschen UI-Blind, weil ich relativ neu in dem Spiel bin und ich überall nur Text sehe momentan. Da kannst du by the way auch eine Quest strategischer Rat beenden. Also irgendwann würde ich mal annehmen. Wurde es von Buck in eine Legion eingeladen. Boah. Kann ja nicht wehtun, ne? Okay. Hat das jetzt funktioniert? Ah ja, jetzt habe ich hier Buck. Ja, da war keine Dungeon-Einladung bis gerade eben. Ähm. Ich vermute, es gibt einen Chat. Freundesliste. Ich habe keine Freunde. Du wurdest in einen Dungeon eingeladen. Maximale Spielerzahl in diesem Krieg wurde erreicht. Du kannst nicht teilnehmen. Warum werde ich denn immer eingeladen? Äh. Stufe 9 der Waffe. Yay. Yay. Irgendwie dauert das unnötig lange, diese Spellstones zu benutzen. Gibt es dafür eine leichtere Möglichkeit, um die auf Level 10 hochzukriegen, anstatt die ganze Zeit hier rechts klickt, zu spammen und hier zu stehen? Nein, 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 nein. Yay. So. Stufe 10 erreicht. Und ein Quest abgeschlossen. Sprich, mit Wren verkaufe den Splitter eines Spellstones an Wren. Ach ja, das sollte ich auch noch machen. Wo wir gerade noch hier sind. Wo stand Wren überhaupt? Welcher von euch ist Wren? Das ist Wren. Shop. Ich kann dich doch eh nicht teilnehmen. Geh weg. Für die Meldung. Äh. Äh. Fragment of a Spellstone. Die Dinger waren sowieso nur Verkaufskram. Da-da-da-da-da-da. Erweitere dein Inventar. Du kannst dein Inventar mit Juwelen vergrößern. Ja, das habe ich schon gesehen. Äh. Ja, aber das kostet mich 5 Juwelen. Wo soll ich denn Juwelen hernehmen? Ja. Please recharge Button and recharge your Juwelen. Charge. Ha. Ha. Ha ha. Ha ha ha. Öffnet sofort Mozilla und will Geld von mir haben. Ha ha. Jaja. Das ist dein Netz-Quest. Genau. Tun wir auch Spiel. Äh. Machen wir jetzt mal weg aus dem Menü. Tschüss. Oh, das ist mein Dungeon eingeladen. Oh, dieses Mal hat es funktioniert. So, Level 11 Uschi. Jetzt kann ich hier, glaube ich, noch diesen Belagerungsgolärm rufen, wenn mich nicht alles täuscht. Außerdem kann ich mal die anderen Waffen ausbringen. Was machen die denn eigentlich? Beschwör, magische Schwerter, bla bla bla, umkreis verursachen Schaden. Die Fähigkeitsstärkung 20%, außerdem haltet ihr. Außerdem 40 Rüstung und Magieresistenz. Taucht neben deinem Gegner auf dem Verursacher auf 85 Schaden, also es ist quasi Nahkampf. Und was ist dann jetzt Rache? Ja, es ist jetzt quasi die Nahkampf-Rache von ihr, also gehen wir erstmal wieder entfernen hierüber. So, nachdem wir das geklärt hätten, wie hole ich jetzt diesen komischen Golem raus? Strategische Fähigkeiten, Falle, Leuchtsignal, Pyre-Technik, Belagerungsvassal. Verbraucht, 500 TP. Da unten sehe ich unsere TP. Ah ja, also wir haben quasi... Soll TP für Team-Punkte stehen, aber das ist TP für eine Abkürzung. Ich vermute uns einfach mal. Den haben wir nicht drauf. Das müssen wir da einen mit einer MG stehen haben. Aua, 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 ich bin kein Tank, lass mich in Ruhe. Ey, kaputt. Äh, so. Mission complete. Ich habe einen Belagerungs-Golem gerufen. Ich bin so glücklich mit mir selbst. Aha, du bist tot. Aua, außerdem sterbe ich gleich. Ich kluck einfach mal dran. Kann mich hier mal jemand heilen oder so? Natürlich müsste der Heiler der Gruppe sein. Immer noch keinen blöden Zauberschaft gekriegt. Gibt es aber hier. Bang, aye. Kommt's doch, der Guardian hört einfach ab. Freige Sau. Hier, gibt's ein Schuss im Rücken. Und wir haben einen Ton zerstört. Juhu. Aua. Das ist dann der Drecksack. Ich kluck mal in den Trank. Assist. Geh nicht alles für böse Dinge, dann. Ha. Der große Nexus zieht man nicht auf mich. Das ist schön. So, ich glaube, wir haben abstanden. Sollten wir das ja eigentlich gleich gelegt haben, ja. Aber bitte meine Angelegenheit hoch. Yay. Victory. Das ging irgendwie deutlich schneller als beim letzten Mal. So. Verlassen. Äh. Ganz viele Nachrichten. Juwelen bekommst du im Laufe noch genug. Und bekommst du durch Kaufen und Achievements. Und anscheinend durch das Leaderboard in der Arena. Die Top 10 bekommen da richtig gut was. Und rechtsstrategische Fähigkeiten. Solltest du das 4. benutzen? Ja, hab ich. Also den Gold der Beschwör nicht vergessen. Okay, hast du selbst gesehen. Äh. Drück mal bei Zeit unten auf die Trophäe. Die hier. Der Störe 10 Türmer. Der Störe Nexus. Ah ja. Da steht's. Kriegt man so und so viele Juwelen für. Ich hab jetzt gerade einen für Monsterjäger gekriegt. Ein ganzes Juwel. Ja. Ich hab ein Juwel. Ich brauch aber 5. Um mein Inventar zu erweitern. Oh. Moment. Erkunde den Abyss. Gebt mir ganze 5. Das heißt, damit kann ich mein Inventar erweitern. Yay. Erweitere dein Inventar. Und das war's dann noch erstmal. Ja. Da wird dir erklärt, wie du den Zauberschlag bekommst im Laufe der Questlinie. Da wird dir erklärt, wie du craftest und du solltest dann den Zauberschlag craften. Ah ja. Äh. Finde den vermissten Kundschafter ist der Quest. Jetzt hab ich, glaub ich, tatsächlich nur noch Sachen, die ich hier drin machen muss. Wuhu. Wunderbar. Dann gehen wir mal wieder Skelette gehalten. Hallo, Skelett Warrior. Ich seh ja einen anderen Spieler auf der Karte. Ist ja eigentlich viel PvE in dem Spiel. Ich verwundere mich ein bisschen, dass ich in so vielen PvE-Gebieten hier rumlaufe, weil ich online was von quasi nur PvP gelesen habe. Was ich runtergeladen habe. Geh einfach mal eben sterben. Das bisschen HP-Reagen hab ich dann auch noch aufzuopfern. Oh nein, Skeletten Archer. Brauch ich, glaub ich, gar nicht wirklich töten. Ich brauch Elite Skeletten Bones. Neben normalen Skeletten Bones. Skeletten Archer. Oop. Tatsächlich könnte im Abyss PvP passieren. Okay. Also sind das hier quasi offene Weltgebiete, wo die anderen Spieler auch durchlaufen können. Schaut mal, M. Jedes Gebiet ist da eine PvP-Arena. Okay. Jetzt reicht's mir aber. Vielleicht lass ich diese Meldung nicht mehr anzeigen, wenn es weiterkommt. Ei. Lasst mich in Ruhe, ich bin genervt von euch. Wir gucken einfach mal hier vorne weiter und laufen mal zu dem Fragezeichen nach vorne hin. Ei. Ihr geht alle weg. Und lasst mich in Ruhe. Mag euch alle nicht. Wir haben ein Scout-Fragezeichen gefunden. Hallo. Owen, ich hab mich immer gefunden. Schick dich das Orakel. Ich wurde von Skeletten angegriffen, habe dabei ein wichtiges Dokument verloren. Natürlich hast du das. Ich kann dir sagen, wo du diese Monster findest. Bring sie zur Strecke und kümmer dich um das Dokument. Ja, mach dir keine Sorgen, ich werde mich darum kümmern. Natürlich. Natürlich werde ich das. Neue Quästen in der Umgebung verfügbar. Ich hab ihn doch schon angenommen. Blablabla. Töte den Anführer, der Skelett-Warrior. Töte Anführer, der Skelett-Archer. Ah! Hilfe! Lass mal auf Kite-Distanz gehen. Willkommen zurück, Abenteurer. Hier ein Zeichen unserer Anerkennung. Aha. Get! Juhu, Spells to uns. Ab hier scheinen wir im Elite-Gebiet zu sein. Ja. Uh, uh, uh. Äh, ihr kommt mal hier rüber. Juhu. Wir gehen mal zu den anderen Menschen da vorn rüber. Äh. 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 Nein. Hallo. Hallo. Schön, Sie kennenzulernen. Schaff-Kollegin hier. Zwischendurch mal einen Trank schlucken. Könnte nicht schaden. Ja. Auch ein hochseriöser Charakter, der da gespielt wird. Exakt so wie unserer. Töte Anführer. Geschafft. Melde dich bald frei. Jetzt brauche ich aber immer noch Skeleton-Bones und Elite-Skeleton-Bones. Noch mehr Elite-Skeleton-Bones. Sonst noch irgendwas auf der Karte, was ich mitnehmen müsste? Ich glaube nicht. Vielleicht sich deine Artefakte antippen. Okay. Kostet mich das nicht irgendein Klaum, wenn ich die hier antippe und Sachen upgrade? Oder ist das umsonst die upzugraden? Müssen die einfach nur so und so viel benutzt werden, dass ich sie upgraden kann? Ich bin jetzt davon ausgegangen, das kostet mich bestimmt irgendwie Spellstones oder irgendwas. Wenn ich die antippe. Der Typ, der sollte vielleicht mal eine Pauschel schlucken. Also meine Elite-Skeleton-Bones sind durch. Oh. Noch ein Typ. Was ist das denn für einer? Gehört er in einer anderen Fraktion an oder warum sehe ich bei dem dieses komische Emblem da dran? Ach, Moment. Der ist in meiner Gilde. Ach, Kiri. Ach, du bist das. Hi. Nein, Gott, verdammt. Jetzt zeig ich diese Meldung nicht mehr an. Jetzt geht es mir auf den Keks. Ich brauche noch drei Skeleton-Bones. Und dann kann ich eigentlich zurückgehen und meinen Quest abgeben. Äh, Artefakte klicken, sagtest du. Bump. So. Die fallen recht schnell um. So, das war's. Jetzt kann ich zurück und bei Freizeit zwei Quests abgeben und bei Odin einen Quest abgeben und glücklich sein. Hallo, Odin. Was ist geschafft? Ziemlich ist jetzt Belohnung. Abschließend. du leuchten er labert er vorne bevor du ihn krieg blablabla Angriff gestartet Volcano Heart Kosten nur SP die bekommst du beim Mob Kills hier ist das geheime Dokument Steinverlohnung, gute Arbeit aber wo ist unser Kundschaftler? Er ist einfach da geblieben weil er ein Vollidiot ist und die nächsten Leute die derselbe Quest auch noch annehmen wollen Kümmert sich um weitere erforschendes Abyss. Mit anderen Worten, er steht rum und sagt den nächsten, dass er ein Dokument verloren hat. Hab außerdem auch noch den Anführer der Skelette zur Strecke gebracht, weil es so viel Spaß gemacht hat. Freut mich zu hören. Wir stehen in der Schultz. Gucken um das Abyss. Ganz toll. Eingriff gestartet Frostwind East. Wey. Beim Betreten eines neuen Gebiets fängst du wieder bei null Sphären. Das ist gut zu wissen. Noch zu viel verkehrt sind die aufzuheben. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Bringt dieses Dokument zu Freya in das Fort. Lass mal hat Wren noch ein Quest für mich. Hallo. Kannst du diesen Brief Wren bringen? Bist du nicht Wren? Kannst du diesen Brief Wren bringen? Schau mich nicht so frank... Ja, wir haben denselben Namen. Okay. Schon gut. Triff dich mit Wren im Fort. Okay. Wo ist das Fort? Auto laufen. Benutze die Gaia-Tome in deinem Inventar. Moment, das machen wir jetzt erstmal. Ah. Was ist denn hier für ein Kram? Urgent Letter. Urgent... Hawks... Quest... Scroll Gaia... Da. Will ich das benutzen? Spellstone... Stein der Verstärkung. Stacken die hier nicht? Sind das andere? Spellstone, Spellstone, Spellstone. Waffen erhöhen. Waffen erhöhen. Waffen erhöhen. Warum in aller Welt stacken die nicht? Es ist dreimal quasi dasselbe Item. Kann ich die hier benutzen, damit die mir nicht so im Weg sind? Bringt die irgendwie... Ah, die bringen 100. Die bringen auch 100. Die bringen auch 100. Verstehe ich nicht. Warum stacken die nicht? Äh, ich hab kein TS drauf momentan. Müsste ich erst installieren. Äh, Old Belts. Kann ich ausrüsten. Metal Arena. Währung. Okay. Gehre zurück zur nächsten Burg oder Stadt. Plus 4 Schaden, plus 100 Leben. Kein Grund, das nicht auszurüsten, schätze ich. Achso, Moment. Ha, nee. Hat ich schon umgerüstet. Wegen... ...wegen... ...Fähchen. Ich hab Discord drauf, Kiri. Äh... Shop. Schon lange kein Teamspeak mehr benutzt. Ich hatte noch überhaupt keine Rüstung angelegt. Cool. Also wie unser Graz hier rumläuft. Kein Wunder. Fragment of Unfug. Fragment of Unfug. Ja, hier. Kann's haben. Ist nur ein Fragment of Unfug. Das Ding hier wollte ich auch loswerden. Die könnten auch sinnvoll sein. Außerdem unterschiedliche Arten von Potions of Mana, die das Inventar ein bisschen unnötig verstopfen. Ich schätze mal, dass es... ...pure Optik. Das Kostüm zu tragen. Sure. Warum nicht? Lassen wir es mal ausgerüstet. Außerdem haben wir noch mehr Fragmente. Die sollte ich vielleicht mal im Shop verkaufen. Sobald das hier nicht so zugemüllt ist. Als Verstärkung von Artefaken. Warten Moment. Habe ich hier nicht irgendwo eine Bank, wo ich den ganzen Dreck mal reinlegen kann, die ich nicht haben will? Herzlich willkommen im Chat. Lemon. Sortieren. Ja. Ich gucke nach Gaia. Sure. Mal gucken, was passiert. Ich vermute einfach mal, Gaia ist eine Stadt. Wind Valley. Nein, ist keine Stadt. Ist ein Gebiet. Eine wichtige Nachricht. Sprich mit Freya. Klicke auf den Nexus, um zum Fort zu gelangen. Bin ich denn jetzt? Pump. Ah. Da ist das Fort. Schön. Hier kann ich doch bestimmt Dinge machen. Außerdem steht Freya hier schon wieder rum. Freya ist einfach allgegenwärtig. Du siehst aus, als hättest du eine anstrengende Reise hinter dir. Nicht wirklich. Ich habe einfach nur auf den TP geklickt. Freya hat mich ausgeschickt, um dir diesen Brief zu bringen. Ein Brief? Du siehst müde aus. Ruhe dich doch erstmal aus, solange ich diesen Brief lese. Hi. Unsere Kundschafter haben unsere schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Die Armee der Untoten hat eine der Übertragungsstationen in ihren Besitz gebracht. Sie planen mit dessen Hilfe eine Invasion Gaias. Du solltest dich auf diese Schlacht vorbereiten. Es ist von höchster Wichtigkeit, dass wir die Übertragungsstationen wieder unter unsere Kontrolle bringen. Sprich mit Cassia. Sie wird dich für den Kampf vorbereiten. Ich sag dir den jetzt schon wieder. Irgendwer da hinten. Ich sehe ganz viele Symbole auf der Karte. Jetzt gucken wir erstmal, wer das alles ist. Warehouse Manager. Du bist doch bestimmt die Bank. Er hat Mädel schon wieder. Warenhaus. Ja. Hier. Nimm mal meinen Müll. Also erstmal lassen wir das mal hier. Wenn ich Waffen irgendwann später upgraden will. Das hier scheinlich auch nicht so unbedingt mit mir rumschleppen zu müssen. Eine Quest brauche ich wahrscheinlich. Irgendwann mal die Arena-Medaille. Den kann ich mir nicht vorstellen, dass ich die im Inventar behalten muss. Portions könnten mal irgendwann nützlich sein. Puh. Ja. Viele Informationen gleichzeitig. Wir machen mal hier eine kurze Pause. Und ich gucke mal, ob ich hier in den Discord-Chat reinkomme.